Zweitens, wir glauben, dass die Errettung aus Gnade durch den Glauben erfolgt. Wiedergeboren zu werden durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus ist die einzige Voraussetzung für die Errettung. Siehst du, vieles in der Bibel ist natürlich schwierig. Es gibt viele schwierige Bibelstellen. Ich meine, wir haben das gelesen, Matthäus 5, Vers 18, bis Himmel und Erde vergangen sind, würde sich ein Buchstabe noch ein einziges Strich nach vorm Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn wir uns das Gesetz anschauen, dann erkennen wir natürlich, wir sind Sünder. Wir haben nicht alles gehalten. Vieles in der Bibel ist schwierig oder wir erkennen, wir sind unperfekt, wir sind Sünder. Wir reichen nicht hier ran. Aber siehst du, weil Gott uns liebt, hat er eine Sache ganz besonders einfach gemacht und das ist Errettung. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 13, Vers 38 bis 39, Apostelgeschichte 13, Vers 38 bis 39, So solltet ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Die Errettung geschieht allein aus Gnade durch den Glauben. Allein. Ohne die Werke des Gesetzes. Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 18 und ich gehe diese Verse nur schnell durch, um euch einen Überblick zu geben, was die Bibel sagt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer dem Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Johannes Kapitel 6, Vers 29. Jesus antwortet so und sprach zu ihm, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes Kapitel 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Schlagt Lukas Kapitel 47 auf. Lukas Kapitel 47. Hey, immer wieder, Glaube, Glaube, Glaube. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Johannes-Evangelium, wo es immer wieder darum geht, hey, ihr müsst glauben. Es ist einfach nur durch den Glauben, dass wir gerettet werden. Wir können sonst nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Wir können uns die Rettung nicht verdienen. Sondern wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben. Wer Jesus Christus vertraut. Warum? Weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Er hat bezahlt den Preis, den wir auf ewig bezahlen müssten in der Hölle, den wir also niemals abbezahlen können. Und was müssen wir tun, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wir glauben an Rettung aus Gnade durch den Glauben. Einiges in der Bibel ist schwierig, aber Gott hat eine Sache besonders einfach gemacht. Errettung. Lukas 8, Vers 47, als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd viel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Komm zu Jesus, glaube an Jesus Christus, rufe den Namen des Herrn an, du bist gerettet. Du hast ewiges Leben. Errettung ist einfach. Das ist die Bibel eindeutig. Woher wissen wir das? Weil wir immer noch die ganze Bibel haben. Wir müssen nicht Rätselraten spielen. Wir müssen nicht irgendwie Johannes 3, Vers 36 in der Elberfelder lesen, wo es dann auf einmal heißt, wir haben dem Sohn nicht gehorcht. Ich meine, es ist nicht einfach nur Glaube. Doch, es ist einfach nur Glaube. Ich meine, du musst auch Jesus nachfolgen. Nein! Ich meine, du musst auch die 10 Gebote erhalten. Nein! Ich meine, du musst auch zur Kirsi gehen. Nein! Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Doch, du kannst so weiterleben wie vorher. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du trotzdem gerettet. Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du kannst nicht einfach in Sünde leben und erwarten, dass du trotzdem in den Himmel kommst. Das ist der Dreck. Das ist das falsche Evangelium, das du heutzutage in Kirchen hörst. Aber du bist hier nicht in irgendeiner Kirche gelandet, sondern hier wird die Bibel gepredigt. So, wie es die Bibel sagt. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Wir können nur in unserer Sünde gerettet werden. Wir werden immer Sünder bleiben. Das ist die Realität. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Hey, Gott sei Dank müssen wir nichts weiter tun, als an Jesus zu glauben. Was wäre das für ein furchtbares Leben? Sich die ganze Zeit anzustrengen, die ganze Zeit Angst zu haben. Komme ich in den Himmel? Komme ich nicht in den Himmel? Hey, ich vertraue Jesus einfach, dass er für meine Sünden bezahlt hat, für alle meine Sünden, vergangene, gegenwärtige, zukünftige und habe ewiges Leben. Das ist Gottes Versprechen. Und du musst Gottes Versprechen vertrauen. Glaube allein. Ohne irgendwelche Kompromisse. Ja, aber dies und das. Halt deine Klappe. Jesus Christus selbst sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht jeder, der zur Kirche geht. Nicht jeder, der die zehn Gebote hält. Nicht jeder, der Seelengewinn geht. Guter Christus. Von seinen Sünden umkehrt. Zumindest versucht, ein besseres Leben zu leben. Nein, es ist jeder, der glaubt. Bonnaise. Vielen Dank.